Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt überlege ich gerade, ist in dieser Richtung eigentlich noch... Moment, müssen wir mal anders machen. Ein Blick auf die Karte, verrät es uns doch. Ist irgendwo noch eine Wüste gewesen in dieser Richtung? Ja, ne? Ja, hier. Okay, dann würde ich gerne versuchen, noch ein paar Kakteen zu bekommen. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in dem Kakteenhaus noch ein bisschen mehr Platz ist. Ja, da sollten eigentlich noch so zwei, drei andere Leute hinpassen. Und dann können wir auch gleich herausfinden, wo befindet sich eigentlich das neue Gebiet, die Hollow. The Hollow, das LSD-Reich, wie ich es immer liebevoll nenne, weil es immer so aussieht. Als ob irgendjemand zu viel Drogen sich reingeschmissen hätte und total auf Speed oder LSD einfach diese Welt erschaffen hätte. So, hier sind Kakteen. Gib her die Kakteen, mein Lieber. Zack. Ich weiß nicht genau, wie viele wir brauchen werden. Ah, das sind nicht so viele, leider. Weil ich glaube, ich habe hier schon mal einfach abgefarmt. Das würde es natürlich erklären. So, wir haben doch gar keine neuen Gegner gesehen. Wundert mich. Ah, ich habe eine Mumie gehört. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Hallöchen, liebe Mumie. Amy, the mechanic has arrived. Okay. Die nächste ist da. Und wir haben ein Mumien-Shirt gefunden. Ja, das passt ja wohl noch geiler zu uns. Guck mal, jetzt sehen wir ja noch aus wie eine... Was? Ach, warte. Das hat sogar Stats? Ne. Vanity-Item. Okay. Jetzt sehen wir halt noch ein bisschen eher aus wie eine Mumie, oder? Äh, wie ein Untoter, meine ich natürlich. Weil wir haben jetzt auch noch das Mumien-Outfit an. Obwohl man das schwer erkennt, finde ich. Na gut. Da unten ist noch eine weitere Mumie. Die Hose bräuchten wir noch. Kann ich mal jemand die Hose droppen, bitteschön? Wie viel Schaden macht die Alte eigentlich? Moment, machen wir anders. Ja, toll. So, ja, viel hat sie nicht mehr. Okay, Dankeschön. Das reicht mir. So, ich glaub, die Kakteen könnten uns auch schon wieder fast reichen jetzt. Oh, neuer Gegner. Das ist ein neuer Gegner. Angry Nimbus. Was? Ach, der will... Ah, der geht über uns und regnet. What the fuck? Wie viel Leben hat der? Wow, was ist das für eine Scheißwurst? Vorsicht. Ah ja, jetzt kommt hier einfach so ein Antlion hin, oder was? Boah. Alter, der ist heftig. Das ist ein heftiger Gegner. Weil der bleibt... Also der versucht immer genau über unserem Kopf zu schweben. Und dann auf uns runter zu pissen. So eine alte Pissnelke, ey. So, her mit den... Ach ja, stimmt. So geht's natürlich schneller. Ich kann die auch fällen, aber einfach den Sand wegkloppen. So. Gut, ich glaube, das dürfte genügen. Wieso sind hier Spinnenweben, bitteschön? Also mann ich mal. Ich weiß ja auch nicht. Ähm. Ja, ich überlege gerade. Soll ich einmal bis zum Ende... Ah, hier ist so ein Dämonenaltar. Moment. Brauchen wir die eigentlich noch? Ja, brauchen wir. Ich glaube, das ist der Dämonenaltar, der bei uns am nächsten dran ist. Deswegen werde ich jetzt einen Teufel tun, um das Teil zu zerkloppen. Aber nur mal hier so einen Gang schon mal hinbauen, damit wir das dann in Erinnerung behalten. So. Was? Kona the Witch Doctor has arrived. Okay. Das ist ein neuer NPC. Da müssen wir gleich erstmal schauen. Spiked Fast Cloak. Okay. Was wir hier jetzt schon alles für Items finden? Ich gehe einmal kurz in die Richtung, Leute, um zu schauen, ob hier das LSD-Gebiet ist. Ah, hier ist ja noch eine weitere Wüste sogar. Nur mal so, um zu schauen. Dann spare ich mir nämlich nachher die Sucherei, wenn wir auf der Suche nach dem Gebiet sind. Dann kann ich mir es sparen. Oh, wir haben die Mumien-Maske auch noch gefunden. Also die Mumien, die droppen aber gerne Sachen. The Blood Moon is rising. Oh, ne. Echt ernsthaft? Jetzt direkt hier in der ersten Nacht will der Blood Moon auch noch mitspielen. Das finde ich aber nicht so lustig. So, Moment. Gehen wir einfach nochmal hier runter. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt auch noch Hard-Mode-Bosse hier gibt. Wäre lustig. Aber wir teleportieren uns erstmal zurück. So. Ha, guck mal. Guck mal, wie die da oben alle draufstehen. Ey, Leute. Oh, ne. Nicht so ein Nimbus. Scheiße. So, die Zombies kommen wieder mit ihrer Regenjacke an. Oh, Night Sedge macht aber kurz einen Prozess mit denen. Da ist ein Wandering Eye. Okay, die sind ein bisschen heftiger. Die Hard-Mode-Version praktisch von dem, äh, von dem dämonischen Auge. Und da kommt ein Geist. Da kommt ein Geist. Na gut. Dann müssen wir uns jetzt wohl erstmal den Gegnern stellen. Ach so, das waren unsere Hornissen. Ey, ich hatte gerade mega Panik. Dachte noch so, ey, was kommt da jetzt für eine Scheiße an? So, ein Armor. Moment. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Waffe. Mit der ich ein bisschen öfter treffen kann. So. Oh, ein Clown. Vorsicht. Der will Sachen zerstören von uns. Das ist ein richtiger Assi. Der ist richtig Assi, ey. So, ich gehe ein bisschen weg von unserem Haus, weil ich will nicht, dass meine NPCs sterben. Die jetzt gerade alle so fleißig hier hergekommen sind. Okay, zu spät. Wow, what the fuck. Also, irgendjemand schnetzelt sich da böse durch. Oh, ich hoffe nicht, dass ein Clown in der Gegend ist, ne. Der würde dann unser ganzes Dorf zerstören. Das wäre so Assi. So. Na, kommt. Spont man ein paar bessere Gegner. Obwohl, warte mal, wie sieht es mit dem Geld aus? Ah ja, doch habe ich abgelegt. Sehr gut. Der Regen, ne, ich dachte gerade, der Regen lässt nach. Schön wär's. Aber nein, der Regen lässt nicht nach. Warum auch? Warum sollte der Regen auch nachlassen? Würde mir ja helfen. Wow. Oh, was lag da eben? Ne, nur... Oh, what the fuck. Okay, jetzt kommen mega viele neue Gegner auf einmal. Und natürlich gleich wieder so ein Angry Nimbus auch mittendrin. Boah. Ach, du Heilige, ey. Alter. Okay, den Nimbus haben wir. Dann dürften die hier eigentlich nicht so schwer sein. Denn mit dieser wunderschönen Waffe können wir die ja einigermaßen auf Distanz halten. Und kriegen sie trotzdem kaputt gehauen. Yo. So. Mining Shirt. Ich nehme die Mumienmaske jetzt auch nochmal rein. Und... Ah, ne. Nicht schon wieder der. Ich finde es aber interessant, dass der scheinbar von Fernkampfwaffen... Der hat scheinbar irgendwie einen Bonus gegen Fernkampfschaden. Weil, wie ich den mit der Minishark angegriffen habe, hat er ja fast gar keinen Schaden bekommen. Habt ihr ja selber gesehen. Oh, Geist. So, noch einen Regenhut. Oh, den kann ich auch bald verticken. Da haben wir jetzt, glaube ich, schon... Das ist, glaube ich, schon der vierte Regenhut, den wir haben. Keine Ahnung, ob man die Regenjacke auch bekommen kann. Aber ich denke eigentlich mal schon. So, ich brauche einen Trank gleich schon wieder. Wow. Also, so eine... Wow. So eine Blood Moon. Im Heart Mode. Ist schon mal eine Hausnummer, würde ich mal behaupten. So, jetzt kommt da wieder so ein Spacko von hinten. Aber hey, das habe ich gesehen, ja. Kannste gerne nochmal probieren. Aber es wird dir nicht helfen. Ich sehe alles. So. Sterb. Was die Uhr genau bringt, Leute, sehen wir später, wenn die Gegnermassen hier aufhören. Oh, da ist er wieder. Alter. Boah. Ist das ein Assi, der nervt. Was? Demonic K.O. Cannon. Ich habe irgendwas Geiles gefunden, glaube ich, gerade. Komm schon. Boah. Scheiße. Ich glaube, wir sterben gleich. Boah. Der hat nicht mehr viel, oder? So. Okay. Den haben wir besiegt. Dann sterben wir vielleicht doch nicht. Weil der Typ war so mit der schwerste Gegner definitiv. Und die Augen hier, die gehen. Die gehen. Das Einzige, was an denen nervt, ist halt, dass die so ein bisschen unberechenbar umherfliegen. Aber sonst eigentlich... Ach nein, nicht schon noch so einer. Oh nein, ey. Warum kommt der jetzt immer so oft? Ja. Warum wohl? Weil der mega stark ist, wahrscheinlich. Boah. Na Gott. Ey, jetzt komme ich gar nicht mehr an den ran. Weil der immer so hoch fliegt direkt. Oh, komm schon. Boah, nicht in den reingehen. Das ist doch dämlich. Au. Scheiße. Jetzt habe ich aber echt ein Problem. Oh, das war gut. Das war gerade ein guter Angriff gegen den Typen. Wie viel hat der noch? 52. Okay, den kriegen wir jetzt down. Ja. Okay, sehr schön. Aber wir mussten ganz schön leiden. Egal, die kriegen wir jetzt hier abgeblockt. Auge, verzieh dich. Wow. Okay, die Leute sind down. Wenn jetzt nicht gleich wieder der nächste Flieger kommt, dann fühle ich mich eigentlich recht sicher. Na komm. Auge, du musst sterben. Irgendwann müssen wir alle doch sterben. Ist so. Ich bin auch schon mal gestorben hier in der Welt. Au. Jetzt lasse ich mich ernsthaft doch noch von diesem scheiß Auge treffen. Und vor allem das Geilste ist, das hat mich nicht getroffen, sondern ich bin voll in den Reihen gejumpt. Boah, wenn ich jetzt mal wüsste, wo der Mond ist, ne? Dann wüsste ich auch immerhin, ob das Elend... Na, da ist noch so einer. Bleib mal ruhig da hinten an der Wand hängen. Weil momentan geht es mir auch nicht so gut. Da verzichte ich gerne auf den Kampf. Oh, jetzt kommen aber viele Nahkämpfer hier an. Ah, ich will nicht so weit hier weggehen von der Position, weil sonst kommt der Typ gleich um die Ecke. Und das muss nicht sein. So. Okay, der ist tot. Oh, ein kleiner Zombie. Sehr schön. Mit kleinen Zombies können wir ein bisschen besser umgehen als mit diesen dicken Gegnern. Müssen wir erst noch lernen. Ja. Wir sind ja jetzt wieder neu im Hard-Mode. Das ist unsere Entschuldigung. Tut mir leid. Heute ist mein erster Tag. Moin. Boah, ich mag dieses mysteriöse Licht, was diese Waffe hier so von sich gibt. Dieses... Ja, Lilane ist es, glaube ich, eher, ne? Das Lilane hat irgendwie was. Haha. Ah, ich mag den Waterbolt. Habe ich das irgendwann schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Deswegen habe ich es jetzt mal eben schnell erwähnt. So, nochmal so eine K.O. Cannon. Ich weiß nicht genau, wer die immer droppt. Oh, das Auge wurde gerade noch mega erwischt. Shit, jetzt habe ich mich in eine blöde Position gebracht. Also, die K.O. Cannon haben wir doppelt. Kann ich eine weggeben nachher? Mal schauen, wie viel die wert ist. Mal gucken, wie viele Credits wir dafür bekommen. Wie viel Gold. Gold, Gold, Gold. Wir brauchen mehr Gold. Ja, er sauft in dieser Blutlache hier. Das ist alles Blut von den... Oh, fuck. Von den Gegnern, die ich schon getötet habe, meine Lieben. Gegner, die es nochmal probieren wollen. Oh, den haben wir gleich schon. Den haben wir gleich schon noch einmal treffen. Ja, sehr gut. Das haben wir uns gut geschlagen. Ich heile mich trotzdem mal eben. Damit wir dann in Ruhe hier gegen die anderen Leute antreten können. Und damit notfalls auch unser Delay wieder weg ist. Ja, dass wir gleich direkt die nächste Dingens nehmen können. So, okay. Zack. 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 Mal ein bisschen Licht machen. Auch wenn ich... Oh nein, warum kommt der jetzt schon wieder, ey? So. Also das ist echt die beste Strategie, wenn man den dann so ein bisschen runter... Oh, jetzt sind wir unter dem sogar. Shit. Das war böse. Das war böse. Da habe ich so viel Schaden bekommen, nur weil ich nicht mehr landen konnte. So. Ist doch unfair. Wie lange geht die Nacht? Normalerweise dauert das nicht so lange, bis der Tag wieder einbricht. Ich glaube, acht Minuten dauert die Nacht bei Terraria. War? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder sieben oder so? Bin mir so unsicher. Ich spiele schon so lange Terraria, aber so eine Sachen, die weiß ich einfach nicht. Weil ich zocke einfach immer. Weißt du, so eine... Das interessiert mich irgendwie gar nicht, wie lange der Tag bei Terraria geht oder so. Ich meine, klar, wäre mega interessant zu wissen, damit man einfach sich darauf einstellen kann und so weiter. Aber, boah, scheiß auf der Hund drauf, ganz ehrlich. Boah, so. Okay, ein bisschen Schaden haben wir rausgerotzt gegen den. Ich habe einen Heiltrank genommen, Leute. Oh, dieser Angry Nimbus. Oh, warum ist es jetzt so dunkel geworden? Hä? Ach, okay, es wird jetzt langsam Tag. Okay, die Zombies verziehen sich also. Wir können uns gleich auch verziehen und Richtung Heimat gehen. Aber ich jag die beseelten Rüstungen jetzt noch. Einfach nur, weil die mich eben auch die ganze Zeit gejagt haben. Jagen wir sie jetzt auch. So, schnell nach Hause teleportieren. Und wie wir sehen, ist nichts zerstört worden. Ähm, ich wollte noch ein paar Kakteen-Teile bauen. Oh Gott, die Wespen schon wieder, ne? Die Wespen machen mich jedes Mal so kirre. So, 20. Ach, Moment, das könnten wir doch auch mal... Ah, nee, warte mal. Wir müssen uns ein Inventar erstmal aufräumen. Ach, hier haben wir noch den roten Hut, weil der Mann gestorben ist. Äh, ups, sorry. So, den roten Hut, den tun wir dann hier rein. Das Mining-Shirt kommt auch hier rein. Der Skull kommt auch wieder hier rein. Und jetzt heißt es mal eben Items anschauen. Also, lass mal sehen. Der Regenhut, der kann weg. Den haben wir jetzt, äh, dreimal. Viermal, weil einmal behalten wir den. DKO Cannon. Shoot the Boxing Glow. Oh, hier war's geil. 14 Schaden. 5 Critical Strike. Also kann eine weg. Die will ich jetzt mal gerade sehen. Die, die schießt so einen Boxhandschuh raus. Wie lustig. Wie geil ist das Teil denn? Das ist auf jeden Fall neu. Ähm, im Shop. Was gibt es noch so, was wir verkaufen? Was ist das hier? Immunity to Slow. Oh, das ist natürlich nice. Ist Material. Da fragen wir gleich mal den Guide. Der wird uns bestimmt sagen können, was wir damit machen können. Crafting. Ähm, zeig mal her. Mit dem, mit der Trifold Map kriegen wir dann Immunity to Slow and Confusion. Oh, Confusion ist so eine Scheiße. Da bin ich so froh, wenn ich das habe. Also, wenn ich das nicht mehr kriegen kann. Sagen wir es mal so. So, dann lass uns mal ein paar Quickstacks hier ausführen. Hier auch. Und hier auch. So, jetzt bin ich den ganzen Krams schon mal los, den wir vorerst nicht mehr brauchen. Jetzt kommt aber folgendes. Ähm, zeig mir nur Sachen, die ich machen kann. Also, den Kaktushelm, den hätte ich gerne einmal. Dann, das hätte ich auch gerne einmal. Das hätte ich gerne einmal. Ähm, wir brauchen nochmal zwei Stühle und zwei Werkbänke. Und dann brauche ich nochmal, ich glaube, fünf Holz oder waren es zehn? Äh, ne, waren scheinbar mehr. Dann waren es zehn, meine ich. Ich könnte auch einfach den ganzen Stack reintun, weil dann sehe ich es auf jeden Fall. So, komm her. Und, wie viel waren es jetzt letztendlich? Ähm, 20. Okay. Ich würde gerne nämlich diese Puppe hier bauen. So. Gut. Das müsste jetzt eigentlich passen. Das sieht natürlich jetzt lustig aus, aber da fehlt noch die Hose von den Viechern. Gut. Dann kommt jetzt die andere Werkbank hier hin. So, ein Stuhl. Und dann kommt hier unten auch ein Stuhl mit Werkbank. Beziehungsweise, komm, da tun wir noch einen Stuhl ran. Das sieht doch irgendwie freundlicher aus. So, noch ein Kaktusstuhl muss her. Und der dann, na komm, der kommt hier hin. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug. Irgendwie kriegen die nicht mit, dass das hier ein Haus ist, das hier oben. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Also, hier ist jetzt jemand direkt eingezogen. Ist natürlich scheiße, wenn der Typ da oben jetzt immer steht, ne. Ist irgendwie nicht so Sinn der Sache. Und kann hier unten. This is no valid housing. Das ist natürlich schade. Dann wird die Kammer hier wahrscheinlich ein bisschen zu klein sein. Könnte ich mir vorstellen. Dann kommt... Ach, das kann da unten doch trotzdem stehen bleiben. Sieht doch schön aus. Sieht doch schön aus, Leute. Sieht doch schön aus. Ähm, babababab. Wo haben wir die Stühle? Dort. Einmal hier. Einmal hier. Und dann kommt der Mannequin einfach hier hin. So, und bekommt dann von mir die Kaktussachen angezogen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, das ist das geile Kaktus-Outfit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und... Oh, guck mal, was liegt denn da unten noch? Ah, der Regenanzug. Haben die den doch gedroppt. Haben die den doch gedroppt. Na, sieh mal einer an. Also, jetzt haben wir schon den Regenanzug und den Regenhelmet. Gibt das irgendwie... Warte mal, das würde mich mal interessieren. Ob man da irgendwie einen Bonus bekommt, wenn man die beiden Sachen anzieht. Äh, nö. Ist nur ein Vanity-Item. Okay. Schade, Schokolade. So, rein da mit. Äh, nein. Den Fisch, den... Wollte ich nicht anziehen. Ich wollte eigentlich dieses Teil anziehen. So, die Kakteen. Kommen trotzdem erstmal wieder hier rein. Und die Kaktus-Rückwände. Die kommen aber hier hinten hin. Ähm, die Immunity gegen Slow. Kommt hier rein. Und dann... Die Pfeile. Scheiß drauf, die Pfeile. Und dann, obwohl... Warte mal, hab ich irgendwo Pfeile noch liegen? Ja, hier. Dann kommen die hier rein. Chester's Arrows haben wir hier. Und die Hellfire-Dinger. Okay. So, ich glaube, das Inventar kann sich so jetzt wieder sehen lassen. Ist jetzt einigermaßen aufgeräumt. Obwohl, dieses Dämonic-KO-Dingens... Das würde ich gerne mal probieren, einfach. Strong Knockback. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Teil abgeht. Und ja, da würde ich sagen... Das war es dann auch erstmal wieder für heute. Wir haben immerhin ein Bloodmoon überlebt. Und dann gehen wir beim nächsten Mal... Was machen wir beim nächsten Mal? Mal schauen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Falls ihr Vorschläge habt, immer her damit. Schreibt sie mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao. Ho!